ja jungen Leute was geht da muss man am Start und ja heute mal wieder ein kleines Play bevor das Let's Play anfängt will ich erst mal sagen ja es wird gleich etwas hektisch zu gehen das Video ist relativ kurz aber ja ich hab's nachdem nachdem ich das Routineflug mit Freunden im Video fertig hatte habe ich halt das mal Cut gemacht und wollten wir zu unserer Base fliegen und dann ist einer bzw. Feind das werde ich dann nachher auch sehen schnurstracks auf unsere Base gerade auf unsere Base hat er drauf gesteuert mit seinem Boot und ja wir waren alle total aufgeregt deswegen man wird erstmal auch hören dass ich halt also man wird hören dass ich halt mein Intro anfange und dann gibt's alles ja drunter und drüber und naja deswegen mache ich das hier erstmal im Voraus so dass man halt erstmal weiß wo es geht also das ist Let's Play und ja hallo und herzlich willkommen der Asus Hunde am Start und ja heute mein Ferdinand klein Let's Play Da ist der 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 linkseite wir schießen gleich zum 둘te entlang los schieß drauf schieß drauf wir sind gerade auch die aber noch von der Lager los ja baller drauf man töte ihn töte ihn Und das habe ich alles getraut, Junge. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen.